Hallo Leute und herzlich willkommen bei einem kleinen Infovideo. Und zwar muss ich mal so ein bisschen was zu GTA Online sagen, warum das so unregelmäßig kommt. Und es ist eigentlich ganz einfach erklärt. Pussy Dora und Dominik haben ein kleines Problem, wenn man das so nennen will. Und das ist wahrscheinlich auch nichts großes, aber irgendwie kommen wir in der letzten Zeit einfach nicht zum Aufnehmen. Und das Ganze kotzt mich ein bisschen an. Plan ist jetzt, wenn ich bis Mittwoch, ja bis Mittwoch, keine neue Erneuerung, genau keine neue Erneuerung. Nein, also wenn sich nichts Neues ergibt, dass die beiden endlich mal wieder klarkommen und wir am Dienstag aufnehmen können. Kommt ab Mittwoch für GTA Online, eventuell auch nur vorübergehend, The Secret of Monkey Island. Und ein bisschen was Retromäßiges mal. Also das wäre auch so gekommen irgendwann, aber so ziehe ich es halt jetzt mal vor. Weil ich habe einfach keinen Bock jetzt alles ausfallen zu lassen, nur weil die sich da wieder ein bisschen in den... Äh... Weil irgendwer wieder in einen anderen Sandkasten gekramt hat oder da. Keine Ahnung. Ähm... Ja, das wollte ich eigentlich nur sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.